Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Herzlich willkommen zur Folge 0 des Podcasts Gute Tiere, schlechte Tiere, einer Koproduktion von MeinEcho und dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Mein Name ist Volker Dohr, ich bin Online-Redakteur bei MeinEcho und sitze hier heute mit Lukas Kneisel, schon der erste Versprecher. Guten Tag Lukas. Hi. So, fangen wir mal an mit dem Offensichtlichen. Wer bist du, was machst du hier, wie bist du dazu gekommen? Ich bin der Lukas, bin die Tierheimleitung hier im Tierheim Aschaffenburg. Dazu gekommen, also ich habe einen Bundesfreiwilligendienst hier im Tierheim gemacht, dann hat mich das Tierheim in den Fängen gehabt. Ich bin Azubi geworden zum Tierpfleger und als ich ausgelernt war, war eigentlich auch relativ klar, dass ich bleiben will. Hat super viel Spaß gemacht, wollte genau das weiter tun und nach dem Vorstandswechsel habe ich eben auch den Wunsch geäußert, hier zu bleiben, hier auch weitermachen zu wollen und der Vorstand wollte die Stelle zur Tierheimleitung wieder besetzen, wiederbeleben und wir haben mich praktisch dahin gefördert, befördert, sodass ich am Ende jetzt dann auch Tierheimleitung bin. Dein Job ist quasi Berufung? Mein Job ist quasi Berufung, so abgedroschen es klingt, ja, aber wenn man so ein bisschen reingewachsen ist, wenn man Spaß dran hat, dann ist es schon so ein ganzes Paket. Jetzt hatten wir im Vorfeld, wenn ich zu unserem Grafiker gegangen bin und gesagt habe, wir haben diesen Podcast mit diesem und jenem Namen geplant, kam immer wieder die Frage, ich meine die Anspielung an die Soap-Opera versteht jeder, aber was sind denn schlechte Tiere? Ich denke, das wollen wir jetzt in den nächsten Folgen rausfinden. Man kann so auslegen, wie gut ein Tier vermittelbar ist, ob es überhaupt schlechte Tiere gibt, ob es nur gute Tiere gibt, ob vielleicht die Menschen das Problem sind, alles Aspekte, die jetzt behandelt werden. Was haben wir noch geplant? Eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle, ganz viele Auf und Abs, die ganzen schönen Geschichten, die wir haben, ganz viel Positives, ganz viel Glück, ganz viele tolle Menschen, tolle Tiere, ganz viele schlimme Geschichten, irgendwas Witziges, irgendwas Nettes. Ab und zu mal Service. Ab und zu mal Service, eine bunte Mischung. Eine bunte Mischung, also ein bunter Strauß an Themen wie in der Daily Soap, auf die wir im Titel anspielen. Genau. Ja, damit haben wir die Folge 00 im Kasten. Demnächst starten wir mit Folge 01. Der Titel wird lauten Ich kriege die Krise. Und wie man schon ahnt, geht es dabei um jede Menge Krisen. Denn daran mangelt es 2022 garantiert nicht. Und wir werden darüber sprechen, wie das das Tierheim betroffen hat. Ich freue mich. Bis dahin. Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho, zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Jäu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020